moine spackos hier kommen die witze des tages heute eine bunte mischung der hause hat ein neues kindermädchen und fragt sie lieben sie eigentlich kinder schon sagt diese aus würde ich würde es vorziehen wenn sie lieber aufpassen kommt ein arbeitsloser auf dem arbeitsamt zu seinem sachbearbeiter guten tag haben sie arbeit hebt der sachbearbeiter seinen kopf und sagt ja sie auch kommt eine hochschwangere frau zum bäcker und sagt ich bekomme ein weißbrot darauf der bäcker bei der geburt will ich aber dabei sein zwei biologen fachsimpeln der erste erzählt mir ist es gelungen den igel mit einem regenwurm zu kreuzen das ergebnis war 20 meter stacheldraht kolossal meint der andere aber meine kreuzung war auch nicht schlecht ich habe eine sau mit einem briefkasten gekreuzt das ergebnis war ein sparspein der direktor zu seinem computerexperten das hat ja eine ewigkeit gedauert bis der rechner wieder lief wo war denn das problem ein fehler in der zentralen hauptversorgung sagt der computerspezialist donnerwetter mischt sich der lehrling ein das war die beste umschreibung für der stecker war nicht in der steckdose die hier gehört habe das war's für heute macht's gut bis morgen nicht vergessen kanal abonnieren sonst verpasst ihr was